Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen kurzen Bauchjahrsendung, in der ich mir erlaube, einen weiteren vorgeschriebenen Text vorzulesen. Und das möchte ich an dieser Stelle gerade tun. Auf dem Weg zu uns selbst. In meinen letzten Videos habe ich mich mit der Vertrauensfrage beschäftigt. Und nicht nur in den Videos, sondern auch die gesamte Zeit drumherum. In den letzten beiden Videos geht es darum, wem wir als Allgemeinheit vertrauen oder nicht. In diesem möchte ich in meinen eigenen dunklen Ecken fegen, um zu sehen, was dabei zu Tage kommt. Es gibt nämlich genau in diesen Tagen und genau durch diese Videos um diese Frage etwas, das mir sehr zu schaffen macht. Durch das auch ich noch ein gutes Stück weiter zu mir selbst finden kann. Und das ist schließlich der Sinn der ganzen Sache. Es gibt nämlich auch in meinem Leben Leute, die mir gerade unmissverständlich zeigen, dass ich mich nicht auf sie verlassen sollte und es bis eben dennoch getan habe. Zum einen sind es ganz normale Leute, wie ihr und ich, die ihr Bestes geben, um irgendwie dafür zu sorgen, eine schönere Welt zu installieren. Aber einfach nicht verstehen wollen, dass es nicht geht, indem man sich immer mehr Horrornachrichten um die Ohren haut. Was daran soll bitte die Welt schöner machen? Und das sind nicht Leute, die gerade erst aus dem Tiefschlaf erwachen, die gerade erst mitbekommen, was für ein Scheiß auf der Welt jenseits der Mainstream-Berichterstattung wirklich abgeht. Sondern welche, die das schon lange wissen und sich jetzt auf die Schlafschafe stürzen, damit die aufwachen. Und dabei aber genau dasselbe machen wie das, was sie den Mainstream anlasten, nämlich Panik verbreiten. Und dabei regelrecht außer sich, also nicht bei sich selbst sind. Zum anderen sind das Leute, die Zeit meines Lebens ein Schweinegeld damit verdient haben, rebellisches Gedankengut zu verbreiten, in ihren Liedern, Filmen, Büchern und Bildern. Leute, die wir alle kennen, oder zumindest die meisten. Leute, die von einer besseren Welt haben träumen lassen und den Eindruck erweckten, dass sie diese Welt gern mit uns erleben wollen würden. Die mitunter sogar so getan haben, als würden sie schon auf uns warten und oder suchen. »Wo seid ihr?«, fragten sie. »Wir sind hier?«, schrie es nicht nur in meinem Kopf. Und ich machte mich auf, Kontakte herzustellen, was sich als sehr vergeblich herausstellte. Denn diese Leute leben hinter den Firewalls ihrer Managementagenturen, die ihnen die Lästigkeit der Kontaktaufnahmen abnehmen und vorab aussieben, was bei ihnen ankommt. Wenn du sie nicht gerade für Unsummen, für einen Gig buchen kannst, kannst du sie auch nicht treffen oder mal persönlich sprechen. Und wenn sie dann so gar nicht erreichbar sind, fragt man sich, was diese Texte und Lieder sollten. Haben wir die nur gehört, weil sie gut klingen und man damit viel Geld machen kann? Ihr wisst, wen ich meine. Ihr kennt sie alle. Eure Prominenten, eure Idole. Im Bestreben, um die Vertrauensfrage an jeden zu tragen, um endlich mal wieder zu uns selbst zurückzufinden, um so aus dem Sklavenleben des Gehorchenden zu gelangen, brauche ich mich, wie ich heute lernen durfte, weder auf die einen noch auf die anderen verlassen. Ich gebe unumwunden zu, dass ich mir Hilfe erhofft und vielleicht sogar erwartet hatte, als ich diese Videos machte, weil mir Songtexte diesen Eindruck vermittelten, weil mir der von anderen offen geäußerte Wunsch, endlich besser zu leben, das vermittelte, weil diese Videos als Hilfe für uns alle gedacht sind, genau das zu erreichen, weil wir nun mal, um etwas ändern zu können, die nötigen Denkanstöße brauchen. In einem Gespräch der letzten Tage fragte mich eine Freundin besorgt, ob ich wirklich glaube, dass aus der gegenwärtigen Situation irgendjemand etwas lernt. Wie viele Katastrophen haben wir schon hinter uns gebracht und sind danach ein ums andere Mal doch wieder und wieder ins Gegeneinander verfallen? Eben jenes Gegeneinander, das sich im Gehorsam begründet, durch den wir uns seit Ewigkeiten spalten und beherrschen lassen. Uns auf jemanden zu verlassen, ihm also zu vertrauen, ist auch gehorsam. Und sie hat so recht. Es wird sich nicht das Geringste ändern, wenn wir nicht langsam mal etwas in unseren Köpfen ändern. Aber die Chance, genau das zu tun, sehe ich in der gegenwärtigen Situation. Das Hamsterrad wurde angehalten, so gut wie nichts geht mehr gerade. Und wer glaubt, danach ginge alles weiter wie vorher, der wird ein böses Erwachen erleben. Der gehört wohl derzeit noch nicht zu denen, die bereits ihren Job verloren haben, ihr Geschäft oder sonstige Möglichkeiten, ihr Überleben zu sichern. Was ist eigentlich aus all denen geworden, die Pfandflaschen aus Mülleimern sammeln mussten, um das zu können? Leben die noch? Sind die noch da? Ich höre von immer mehr Freunden, die sich das Leben genommen haben. Aber in den Medien redet kein Schwein über die durch Corona verursachten Suizide. Werden die vielleicht auch alle als Corona-Tote verbucht? Nein, Freunde, die Welt ist nicht mehr, wie sie mal war. Und so wird sie auch nicht mehr werden. Den meisten hat sie auch offensichtlich nicht gefallen, wenn man mal den hohen Grad der Unzufriedenheit bedenkt. Es ist meiner, für euch vielleicht unbedeutenden Meinung nach wichtig und dienlich, über ein paar Dinge mal grundlegend nachzudenken. Über das, was wir eigentlich wollen. Über das, was wir logischerweise tun sollten, wenn wir es auch erleben wollen. Über das, was wir jeden Tag so getan haben, wodurch wir es nicht erleben konnten. Darüber, warum wir das jeden Tag getan haben. Darüber, dass es eventuell auch ganz anders ginge. Es gibt vieles, was sich in unseren Köpfen noch ändern kann. Aber was sich definitiv schnell mal ändern sollte, ist, wem wir glauben, Vertrauen entgegenbringen zu können und wem wir glauben, gehorchen zu müssen. Habt ihr euch je Gedanken darüber gemacht, dass ihr die Träume anderer verwirklicht, wenn ihr eure Zeit damit verbringt, für sie zu wirken? Acht bis zehn Stunden für einen Mindestlohn oder gern mehr eurer Zeit denen zu geben? Vier Jahre eures Vertrauens in eine Partei oder Politiker zu stecken? Ist euch bewusst, dass eure Zeit und euer Vertrauen das ist, was eure Träume brauchen, um real erlebbar zu werden? Habt ihr euch je Gedanken darüber gemacht, dass man euch, egal wie alt ihr seid, euer Leben lang bevormundet wie kleine Kinder? Euch Glauben macht, diese anderen zu brauchen und von ihnen abhängig zu sein? Und was euch das schon alles gekostet hat? Ich fege während dieser Worte auch in meinen eigenen dunklen Ecken und nehme mich aus alledem nicht heraus. Das hier ist kein Vorwurf an irgendwen. Ich bin auch in diese Welt geboren und habe mich an die Enttäuschungen gewöhnt, die mit Enttäuschungen einhergehen. Und so bin ich enttäuscht, dass nicht mehr Leute meine Videos teilen, aber das ist nicht eure Schuld. Das ist meine eigene Schuld, denn ich habe mich getäuscht oder täuschen lassen. Und das ist einer dieser Gedanken, die uns zu uns selbst zurückführen können und die Macht zurückgeben, Dinge anders angehen zu können. Eben selbstbestimmter und ehrlicher. Uns auf jemanden zu verlassen, ihm also zu vertrauen, ist auch gehorsam. Und deswegen vertraue ich euch nicht mehr. Ich gehorche euch nicht mehr. Nicht, weil ihr es nicht wert wäret oder aus Trotz oder so, sondern weil ich euch nicht gehöre. Ihr seid nicht verantwortlich für mein Glück. Denn für mein Glück und Wohlergehen bin ich selbst verantwortlich. Das ist mein Job, meine Verantwortung. Und in dieser Verantwortung erkenne ich mich wieder. Also werde ich mir wieder selbst vertrauen und mir gehören, so wie das jeder andere auch tun sollte. Wie anmaßend es überhaupt ist, irgendetwas von irgendwem zu erwarten, sehe ich auch erst an dieser Stelle so richtig deutlich. Wie kann ich es wagen, zu denken, ich wüsste, was bei euch abgeht? Auch von euren Leben und Möglichkeiten kenne ich nur meine Interpretationen. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Es ist meine Sache, das was ich tue. Genauso wie es die eure ist, was ihr tut. Aber definitiv nicht Sache irgendeiner Regierung oder anderen Obrigkeit. Die übernehmen so wahnsinnig gern die Entscheidungen. Aber die Konsequenzen dürfen wir immer selbst tragen. Und ich habe in jahrelangen Feldversuchen den Ungehorsam rekultiviert. Für mich, so wie es jeder nur für sich kann, weil alles andere schon wieder mit Gehorsam zu tun hätte. Und dabei herausgefunden, dass es wesentlich leichter fällt, die Konsequenzen für ein Verhalten zu tragen, dem meine eigenen Entscheidungen zugrunde liegen, statt die irgendwelche anderer. Und so erwarte ich ab hier gar nichts mehr von euch. Egal, was ihr in meinen Augen tun könntet. Egal, was für einen Job, in was für einer Position ihr habt. Egal, ob ihr Polizei oder Gangster seid. Egal, was für eine Reichweite ihr habt. Und das soll für euch bitte befreiend sein. Ja, ihr sollt einfach wissen, dass ihr mich nicht mehr enttäuschen könnt. Und das ist nicht alles überhaupt nicht böse gemeint, sondern mir hilft das gerade bei der Heilung. Aber ich lade euch von Herzen ein, über diese Dinge nachzudenken. Und das am besten laut. Mit möglichst vielen um euch herum. Denn in der Gruppe wäre es durchaus möglich, den Gehorsam zu verweigern, der am Ende, ab Mitte Mai für Zwangsimpfungen sorgen könnte. Und auch die funktionieren nur über Gehorsam. Gehorsam wird aber niemals von oben verweigert. Denn von da wird er gefordert. Er muss von unten verweigert werden. Und dann zieht sich die Wirkung bis in die höchsten Kreise der Pyramide, die genau dadurch zusammenbricht. Ich mache gerade das hier, weil ich es für das Wertvollste halte, womit ich meine wertvolle Zeit gerade verbringen kann. Nicht mehr, weil ich euch vertrauen würde, sondern weil ich ganz fest daran glaube und auch nichts anderes glauben will. Würde ich glauben wollen, dass wir verloren sind, würde ich längst zu den Corona-Suiziden zählen. Viele meiner Freunde hatten nicht diesen felsenfesten Glauben. An dieser Stelle, sei mal ganz off-topic erwähnt, dass man von Donald Trump halten kann, was man will. Aber man kann gerade etwas an ihm beobachten. Nämlich einen eben solchen felsenfesten Glauben. Und ich glaube, da kann ich von dem sogar noch einiges lernen. Wenn ich mir angucke, wie der bei allem Sturm, der da gerade um ihn herumfegt, wie ein Fels in der Brandung steht und völlig unbeeindruckt bleibt und unbeirrt seinen Weg weitergeht. Und er erklärt sogar, wie er das macht. Ich bin der Sturm. Einen solchen Glauben wünsche ich uns allen. Und der ist nicht irgendein Mysterium. Der Glaube ist wie ein Muskel, den man trainieren kann, in dem man jegliche Zweifel abwehrt, wie ein Kung-Fu-Kämpfer. Vor allem in sich selbst. Aber ich bin nicht Trump. Und ihr seid es auch nicht. Wir sind alle nicht Trump. Und das ist auch gut so. Wir sind alle wir selbst. Und das Leben könnte so schön sein, wenn wir genau das einfach mal bewusst leben würden. Wir sind alle anders. Und dennoch sind wir alle eins. Das widerspricht sich nicht. Das ergänzt sich. Behandeln wir uns mal einfach wieder auf Augenhöhe. Erkennen wir den gleichen Wert in uns allen. Dann können wir so unterschiedlich sein, wie es unterschiedlicher gar nicht geht. Aber dann eben in Frieden, der sich so ganz automatisch eingestellt hat. Teilt also diese Videos, wenn es sich für euch sinnvoll anfühlt. So wie ich sie aus denselben Gründen mache. Ich mache das für mich. Ich mache das nicht für euch. Das war auch immer schon so. Und verzeiht mir meine anmaßende Haltung in der Vergangenheit. Ich wusste es nicht besser. Und lerne gerade auch dazu. Ich wünsche euch allen das Leben, das ihr euch wünscht. Und die Kraft und die Zuversicht, es auch zu leben. Hört einfach auf, euch herumkommandieren zu lassen. Hört auf mich, wenn ich euch sage, macht was ihr wollt. Und dann folgt einfach euch selbst. Dann können wir zusammen die geilsten Leben leben. Tschüss mit F. Denkt drüber nach. Habt euch lieb. Und mit ein bisschen Glück sehen wir uns zunächst alle in einer ganz anderen Welt wieder. Zu Risiken und Nebenwirkungen vergessen Sie die Packungsbeilage und lesen Sie die Bücher 2020 Die Neue Erde oder die Anastasia-Reihe. Vergessen Sie nicht, Ihrem Arzt oder Apotheker auch davon zu erzählen.